Willkommen, Freunde, zurück bei Skyrim und vielleicht bringt das was, wenn wir das Ding einfach mal anschreien mit... Oh, ohne bitterlicher Macht. Das bringt gar nichts. Gut. Was, wo seid ihr denn? Alter Schwede waren das viele. Oh. Ok. 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 das gefällt mir nicht ich weiß nicht weil ich grad hiervon halten soll das bringt ja nichts nein das gewinnt nicht Lydia steh auf ja ich weiß das ein Becher Becher ein Messerschen woa so ach du meine Güte so etwas habe ich noch nie gesehen das passt jetzt zur Abwechslung mal das sieht ja aus meine Güte lassen wir schauen was wir machen was da da ok hier kommen wir runter ok so was genau müssen wir denn machen jetzt würden wir sagen wir gehen doch erstmal hier runter ok ok kopfüber was dann kommen wir mich hoch ok ok hier ist nichts ok hier ist nichts hier ist nichts ok da können wir oben rausspringen dann kommen wir da rein ok gut das können wir machen so wie ich bin ja doch so wie ich bin doch da doch doch das müsste gehen doch doch das müsste gehen da da haben wir die Tür da ja so und rein da ok 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 das hier oben ist wahrscheinlich zu oh oh ho oh 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 Geh da weg! Meine Güte! Oh! Da können wir auch nicht ganz rüber. Lydia, du bist so doof. Wo ist das Ding jetzt? Die hat so ein Ding im Kopf. Wo ist das? Hä? Ah, da hinten. Lydia, komm einfach da weg. Leute, wir reinkommen und hier oben sind wir rausgekommen. Gut. Wenn wir sagen, wir spielen viel drauf. Aua. Hier den Geldbeutel. Hier in den Geldbeutel. Was ist das? Wir haben auch mal mit. Und machen erstmal das Ding da rumkalt. Da, dann machen wir halt. Dich zu. Erst platt. Zick. So. Buch. Eidis. Was schreibt ihr denn in dem Tagebuch? Bücher. Ich habe schließlich nachgegeben und Ulin gesagt, dass ich ihm helfen würde, dieses Antlitz. Wie spricht man das aus? Um Zuns zu finden, von denen er so besessen ist. Warum er so dringend einen zwergischen Helm haben will, ist mit, ist mit, muss ich heißen, ist mir schleierhaft? Aber ich schulde ihm etwas, also was soll's. Nachdem wir die Räder überquert hatten, haben wir kurz Ende gehalten, um Luft zu holen. Dieser Ort ist erstaunlich, aber er scheint keinen mir ersichtlichen Zweck zu erfüllen. Warum die Zwerge so viele, so viel Gutes, Metall für Räder, Rohre und Kunst und Konstrukte verschwendet haben, ist für mich vollkommen unverständlich. Wir mussten mehrere Metallspinnen abwehren, während wir uns auf den Rädern herumdrehten. Uns wurde so schwindig, dass wir beinahe heruntergefallen wären. Ja, mehr steht nicht. Okay. Ich würde mal sagen, Da oben bin ich gel... Da ist zu. Also rein hier. Ach, Lydia. Bam. Bam. Quatsch. So. So. Aha. Wo? So. Ist das nicht cool? Ja. eben jetzt zwei du wirst werden Dinger hier. Watsch. Aus einem mit den Wehrschaden machen muss die uns. Geht das denn noch? Toll. Da ist hier wahrscheinlich der andere. Oha. Unlund. Oh. Wird auch ein Tagebuch. Okay. Das nehmen wir mit. Das Tagebuch. Und ich würde mal sagen, lesen wir das auch mal kurz. Mal schauen, was er so schreibt. Wo ist es? Mal schauen, ein bisschen. Oha. Okay. Eides blieb bei den Rädern zurück, um diese mit teilenen Monster abzuwehren. Doch sie ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Ich werde also weitermachen und das Beste hoffen. Leider wird mein Fortschritt durch ein Tor verhindert, das ich nicht aufbrechen kann. Ich habe die Rohre verfolgt und es scheint, dass das Tor durch den großen Kessel in der Mitte des Raums gesteuert wird. Ich werde versuchen, die Resonatoren mit einem Pfeil abzuschießen, um zu sehen, ob sich das Tor dann öffnet. Mein erster Versuch lief nicht ganz so gut. Die Resonatoren scheinen Dampf weiterzuleiten, nachdem ich die getroffen hatte. Daraufhin leuchtete der Kessel blau auf, was ein gutes Zeichen zu sein schien. Als ich dann ein paar der Resonatoren getroffen hatte, wurden die Lichter dummerweise auf einmal orange. Aus der Zentraleinheit zischte Dampf und dann kamen auch noch einige Zwergkonstrukte und griffen mich an. Dennoch muss das Antlitz im Zunz hier sein, also werde ich das weiter versuchen. Da gibt es bestimmt einen Trick, vielleicht wenn ich es schaffe, im Zentralkessel genau die richtige Menge Druck zu erzeugen. Ich meine mich zu erinnern, dass drei Teile aufgeleuchtet, dass drei Teile aufgeleuchtet, nachdem ich den linken Resonanten getroffen hatte. Ich werde es diesmal von rechts probieren und bemerken, was ich sehe. Okay. 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 Das heißt jetzt also, wir brauchen unseren Bogen, aber dafür nehmen wir natürlich nicht guten Pfeilen. Da nehmen wir die schlechten Pfeilen. Ich schieße einfach mal da drauf. Oh. Okay. 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 Und dann nehme ich mal den hier und mal gucken, was passiert. Okay, das war schon mal nichts. Und dann kommen diese Dinger. Gut. Wow. Okay. Hätte mir vielleicht mal merken sollen, was... Dann nehme ich jetzt zuerst den hier. Der macht ja meist... Quatsch. Wie viele macht der denn? In zwei Jahren? Das müsste dann hier sein. Ich vermute mal, es passt aber nicht. Das war ein Dreier. Okay, drei. Das heißt, den letzten kann ich schon mal nicht gebrauchen. Gut. Der macht drei. Wie viel machst du? Drei? Ich glaube, den hatte ich gerade schon. Ich weiß nicht mehr. Wie viel macht der? Vier. Ach du meine Güte. Vier. Der eine macht drei. Wie viel machst du? Der hat vier. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das, die mir jetzt hier hat. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Der könnte... Der macht drei... Das hier könnte doch... Das hier könnte doch... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nein, nein! Das geht doch nicht. Wartet mal. Der muss wieder runter. Geht das? Das geht nicht. Wie viel macht der? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ich habe mir sowas nicht geplant. Okay. Dreizehn. Warte mal. Der eine macht drei. Ach komm schon. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünftzehn, sechzehn, siebzehn, acht... Meine Güte. Das kann doch nicht wahr sein. Und der macht immer noch drei. Das heißt, das passt wieder nicht. Den hinteren kann ich schon mal vergessen. Was passiert hier? Die Dinger sind schon wieder. Ah, hier dürfte nichts passieren. Lydia, du bist dämlich. Tut mir leid. Ist aber so. So, Freunde, ein Versuch noch und sonst verschieben wir das auf den nächsten Part. Der letzte geht schon mal nicht. Wie viel machst du noch mal? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vier... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Der... Der machte doch... Machte der nicht... Lydia? Boah, du bist so... Ich glaube, der müsste es sein. Komm schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Warum? Mann! Ach! Vielleicht wollen wir einfach nur nicht getroffen. Eins, zwei, drei, vier... Na bitte! Freunde, gut. Gut, aber... Das machen wir trotzdem erst im nächsten Part. Für heute soll es das gewesen sein im nächsten Part. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir einen Pfeil hier reinschießen. Ich sage bis dann und schau.